Dieses Video demonstriert, wie Fräses patentiertes Ventil Fräse Optima Ihnen helfen kann, wesentliche Energieeinsparungen zu erreichen. Durch eine Reduktion des Energieverbrauchs der Pumpen um bis zu über 50 Prozent. Die Nachfrage nach Energieoptimierung wächst stetig. Durch die Entwicklung unserer Produktpalette bieten wir Ihnen ein komfortables Raumklima und reduzieren gleichzeitig den Verbrauch knapper Energieressourcen und den Kohlendioxid-Ausstoß. Das Ventil Optima von Fräse ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Seit 25 Jahren hat Fräse sich auf die Entwicklung von dynamischen Volumenstrom- und Temperaturregelventile spezialisiert, die Energieeinsparung sowie die Regulierung und den Betrieb von Heizungs- und Kälteanlagen gewährleisten. Mit Optima erweitern wir den Produktbereich der Abgleich- und Regelventile zur Anwendung in kleinsten Klimakomponenten bis hin zu grossen Wärmetauschern und Klimaanlagen. Die präzise Regelung gewährleistet höchsten Komfort beim Einsatz in Klimageräten und Plattenwärmetauschern. Das Optima, das druckunabhängige Abgleich- und Regelventil, setzt neue Massstäbe in der Regeltechnik. Das Ventil reguliert mit der gleichen Präzision von Null bis zum maximalen Volumenstrom. Ausserdem kann man oft ein kleineres Ventil wählen als vergleichbare Produkte am Markt. Wir nennen es Performance Beyond Size, weil erstens der Volumenstrombereich des Ventils weit höher ist als bei ähnlichen Produkten dieser Größe. Zweitens, das Ventil äusserst kompakt konstruiert ist. Drittens, das Ventil eine hervorragende Regelung hat, die auf dem Markt einzigartig ist. Fräse Optima ist in Wirklichkeit drei Ventile in einem, weil es erstens ein traditionelles statisches Regelventil ersetzt, zweitens ein traditionelles statisches Strangregulierventil ersetzt und drittens den Einsatz eines zusätzlichen Differenzdruckreglers im System überflüssig macht. Ein umfangreiches Stellantriebsprogramm, das einfach und schnell auf das Ventil montiert werden kann, ist ebenfalls verfügbar. Bei Bedarf können die Stellantriebe auch mit Federrückzug geliefert werden. Das patentierte Design funktioniert durch die Einstellung des Auslegungsvolumenstromes in horizontaler und die Modulation des Volumenstromes in vertikaler Richtung. Mit anderen Worten gewährleistet Fräse Optima die volle Modulation und Regelcharakteristik unabhängig vom eingestellten Volumenstrom. Entnehmen Sie die Voreinstellung des Volumenstroms dem Voreinstellungsdiagramm oder nutzen Sie unser Quick-Cork-Auslegungsprogramm, das als Download für Computer und Smartphone auf unserer Internetseite bereitsteht. Montieren Sie anschliessend den Stellantrieb und das Ventil ist betriebsbereit. Zur Einstellung der Pumpe kontrollieren Sie, dass der Differenzdruck möglichst niedrig ist und innerhalb des Regelbereichs für das Ventil liegt, durch Messung an den integrierten Druckmessnippel. Der Energieverbrauch wird so automatisch optimiert und das Ventil ist betriebsbereit. Untersuchungen in Canary Wharf in London ergaben eine zusätzliche 35-prozentige Reduktion der Pumpenenergiekosten in einer Klimaanlage durch die einfache Nachrüstung eines Optima-Ventils. Diese eindeutigen Ergebnisse werden dank eines höheren Delta-T und eines stabilisierten Volumenstroms erreicht. Das nennen wir Performance Beyond Size.